Ich brauche mich nie im Chor zu engagieren. Ihr macht das jetzt einfach immer. Ihr habt ja noch mal Zeit. Aber, Gustav. Eine schlechte Nachricht jetzt allerdings. Der befürchtete letzte Song für heute Abend. Ja, das war man noch nicht überzeugend genug. Der befürchtete letzte Song für heute Abend. Besser. Aber dann feiern wir noch mal richtig. Nehmt schon mal die Hände in die Luft. Oder die Handys. Auch okay? So. Und auch die coolen Leute in der Mitte dürfen jetzt mal klatschen. Olli geht noch mal. Komm mal mit. Ja, ja. S. S. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.